Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch den Bluetooth Lautsprecher von Ultimate Ears, die Mega Boom. Sie hat eine sehr einfache Handhabung, wenig Knöpfe. Hier seht ihr den Lauter- und den Leiser-Knopf. Auf der einen Seite der Mega Boom ist dann der AUX-Anschluss und der Micro-USB-Zugang zum Laden der Box. Auf der anderen Seite ist der An- und Ausschalter und der Bluetooth-Knopf zum Verbinden mit Geräten. Ihr könnt zum Nutzen der Box auch eine App benutzen, die nennt sich Mega Boom und ist kostenlos. Damit könnt ihr die Lautstärke regulieren und auch die Box an- und ausschalten. Außerdem könnt ihr den Klang regulieren und euch beispielsweise auch einen Wecker stellen. In der App findet ihr auch Vorgehensweisen, das sind Anleitungen, wie ihr zum Beispiel Musik wiedergeben könnt. Und in der App wird euch auch immer der aktuelle Ladestand der Box angezeigt. Um euch jetzt zu zeigen, wie wasserdicht die Box ist, habe ich das einmal für euch getestet. Und man sieht, das Wasser perlt einfach von der Box ab. Man kann sie ja super auch mal mit in die Badewanne oder an den Pool mitnehmen. Das war's dann auch wieder mit dem Video. Tschüss!